Egal, dass das ein Endkill ist. Zumindest kommen die Fliegenden überhaupt nicht durch. Beim Baumstab kommt es echt nicht wieder, ne? Ja, leider. Schade. Gut, das Redder ist übermächtig. Ja, trotzdem. Irgendwie. Oh, kurze Zeit, da kommt was? Hä? Oh, bei mir kommen einige durch. Doch, doch kein Endkill. Aber die Orks hat es gerade auf einen Schlag getötet. Ich muss sagen, das ist, finde ich, das schwierigste Level von allen. Das letzte Level ist irgendwie recht easy. Echt? Das wird einfacher. Ich finde, es ist jeder zu nervig, dass von so vielen Stellen gekommen sind. Das ist echt das Heftigste von allen. Okay, das danach ist noch auch nicht leicht. Okay. Aber das hier ist echt schon eine Hausnummer. Ja, das würde ich auch nicht auf Alptraum, würde ich das garantiert nicht schaffen. Ah, bei mir kommen wir es durch. Warte, ich komme rüber. Ja. Das war knapp. Okay. So, wir haben 14 Leben, noch einige Level vor uns. Oh, bei dir kommen einige durch. Oder? Durch, eigentlich nicht. Ne. Okay, ich dachte, das ist ja nur gerade für Ost- und Hiraten da durchkommen. Oh, ne. Da sind die Gewitterstürme ganz hilfreich. Sie sind in der Südhalle. Sie sind in der Südhalle. Was sind sie in der Südhalle? Sind in der Osthalle? Sind überall. Aber so heftig ist er nicht. Ich glaube, da haben wir gut auch. Oh, da kommt ein Knorrjäger. Nein, 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 nein. War das zu Recht? Oder brauchst du Hilfe? Oh, wo sind gerade drei Stunden durchgekommen? Da war ein Knorrjäger. Oh, bei mir sieht es gerade auch kritisch aus. Nein! Oh, wie war. Ach so, das war Deiner. Liegen doch noch einige. Oh, die Flieger, ja. Wobei, die holen meine Bogenschützen recht gut runter. Ich sag, sind die noch falsch. Hä? Achso, kommt noch ein Ohr. Oh Gott. Ich kann hier echt besser absichern. Ihr vertreibt Koma und Sorgen. Nein. Ich glaub, ich verkauf hier ein paar Bogenschützen. Ich glaub, nächste Runde nehm ich mal den Feuerring. Ich denk, der ist gar nicht so schlecht. Du, der ist ganz geil. Aber ich dachte halt, der Knochenregen wäre auch irgendwie cool. Aber der Golem, der Knochen-Golem macht halt nicht so viel Schaden. Wusstet ihr nicht? Nein, geil. Guck mal nach Münzen. Warte mal, bevor du die Runde startest. Guckst du auch noch mal nach Münzen am besten? Vielleicht liegen ja noch welche oben rum. Oder war ich grad? Jetzt nicht. Dann starten wir doch. Ja. Ich werde in eurem Blut baden. Wollt grad nach hinten laufen, dann bin ich nicht vorne. Wollt grad nach hinten laufen, dann bin ich vorne. Da bin ich nicht vorne. Bepi ist eigentlich verwirrend. Nein, ich renne mir irgendwo hin und merke dann, wo bin ich jetzt? was flieger hier sind aber auch nicht ganz ohne dann drehen mich gerade mehr auf die als ich hoffe alles was auf dem boden kommt ich kann so machen bei mir ist gar nichts was was irgendwie in stellen auf die eisbelems freut mich eigentlich nicht konzentrieren die mögen kein feuer und feuer habe ich genug er brennt nur feuer gole stört das feuer gar nicht aber aber es ist ein eisbelems Oah Moment, Moment Hört's aus, was sehen wir? Ah, jetzt nicht mehr Was, den dicken Hör da? Au! Klack mich nicht! Nein, auf jetzt! Liegt das hier noch, stirbst? Dein Golem ist hier irgendwie in der Treppe drin Dein Golem? Der, weiß nicht Der ist ein bisschen reingebackt Naja, Mensch Wenn es sonst nichts ist Oh, Münzen Ok, elf Leben haben wir noch Und noch zwei Runden Ja, stimmt Zwei Runden noch Ich hab grad überlegt, ob das nicht vielleicht schon die letzte ist Aber nee Nee, nee Eigentlich Nein, da müssen wir noch Das ist aber recht cool, die ganzen Bogenschützen hier Wenn da ein Gegner kommt Das sieht recht interessant aus Angebs direkt Auf die Fräse Da ist ein Dauerfeuer Das ist ein Dauerfeuer, wie gesagt Alle gehen da durch, das finde ich Geil Nein, der Feuerort Ja Neuljäger sind auch noch da Ja Neuljäger sind auch noch da Mensch, das ist ja später Wo gehst du nicht hin Ah, Moment Eine Bogenschützung Lass dir in Ruhe Geiljäger? Ne Doch Scheiße 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 Geil 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 Wenn man Zeit hat, muss man kurz nächste Runde hochkommen Ich muss dir anschauen wie es aussieht Wenn die ganzen Wächter schießen Ja, gleich Ach ne Die äh Läuft das schon Scheiße Kann ich posieren Fuck Was brauch ich Was brauch ich Äh Lest dir eine Richtung Fliegt sie In der Luft Wer unterrichtet Beendet Bring mal in die Lava Ihr gerateten Vergessenheit Geil Merde Wenn ich mein Leben wieder voll habe Ich weiß nicht ob man das auch machen kann, um seinen Mana wieder zu regenerieren einfach Glaub schon Bitte hinten anstellen Ich tausche mal ganz kurz die Seiten, ich muss die anschauen, das ist phänomenal. Okay. Lauf einen langen Gang rein. Langen Gang? Da wo die ähm... Ah ja, okay. Da fliegen ja schon einige Pfeile. Ja, kurz um die Gegner kümmern. Da klauen wir doch noch. Jetzt. Jetzt kommen sie wieder, jetzt gehts wieder los. Da fliegen die Pfeile. Ich brauche kurz rüber, das sieht aus, als wäre einige Probleme. Auf meiner Seite natürlich, da wo ich... ...ganz teuer vorgesorgt habe. Können wir wieder Seiten tauschen? Ja, können wir. Wenn ich hier mal wegkomme... Also gibt's ne Aufgrad? Wir haben noch acht, aber das... ...denk ich... ...stoppen. Das wird machbar sein. Oh, ich sterbe jetzt noch. Ne. Passiert nicht. Ne. 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 Wir haben sie alle. Ne. 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 Habe ich schon ausgebaut. Ne. 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 weiß ich warum das level in der klemme heißt ja da steckt mir kann wirklich drinnen spiegelbild ist auch scheiße